Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Wahrheit einen sehr schwierigen Stand hat. Die Wahrheit, was ist das schon so genau? Es gibt aber einen Lebensbereich, in dem die Wahrheit immer noch eine ganz entscheidende Rolle spielt und das ist der Gerichtssaal. Bis heute richtet der Richter im Strafprozess folgende Worte an den jeweiligen Zeugen im Zeugenstand. Und zwar sagt er, sie schwören und dann in Klammern bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Daraufhin antwortet der Zeuge, ich schwöre es und dann auch wieder in Klammern, so wahr Gott mir helfe. Wir mögen noch so sehr begeistert sein von verschiedenen Perspektiven und Ansichten, die wir als Menschen auf gewisse Dinge im Leben haben können. Beim Gerichtssaal, im Gerichtssaal, da zählt vor allem erstmal eins. Was ist tatsächlich passiert? Mit anderen Worten, hätte eine Kamera gesehen, was passiert ist? Was hätte diese Kamera gezeigt? Bei Gott geht es noch einen Schritt weiter. Gäbe es so etwas wie eine Herzenskamera, die deine Gedanken filmt. Was hätte diese Kamera aufgenommen? Die Wahrheit ist, wir haben oft Angst vor der Wahrheit. Wir haben Angst, unserem Nächsten die Wahrheit zu sagen, weil wir darum fürchten, dass uns das voneinander trennen könnte. Was Gott beim neunten Gebot aber ganz besonders im Blick hat, ist eine andere Gefahr. Nämlich die, dass wir etwas Falsches über unseren Mitmenschen aussagen, um uns dadurch einen Vorteil zu verschaffen bzw. um die andere Person schlechter dastehen zu lassen, um der anderen Person bewusst zu schaden. Lesen wir einmal im Wortlaut 2. Mose 20, Vers 16. Da sagt Gott, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen. So übersetzt es die Elberfelder. Gott ist die Wahrheit. Es ist Teil seiner Persönlichkeit und deshalb ist es auch ganz klar, dass Gott die Unwahrheit und die Lüge hasst. Der Vater der Lüge ist niemand Geringeres als der Teufel. Und wenn wir etwas Falsches gegen unseren Mitmenschen aussagen, dann richtet sich unsere Lüge in allererster Linie gegen den Gott der Wahrheit. Wir verbünden uns in diesem Moment, wo wir lügen, mit dem Teufel, der die Wahrheit hasst. Und in zweiter Linie richtet sich unsere Sünde aber natürlich auch direkt gegen unseren Mitmenschen und aber auch gegen uns selbst. Gegen unseren Mitmenschen, weil wir ihm schaden, indem wir ihn bewusst herabsetzen. Und wir sündigen auch gegen uns selbst und zerstören uns selbst, weil wir mit jeder Lüge unsere eigene Integrität zerstören. Wenn man das Gebot liest, dann hat man sofort einen Gerichtssaal vor Augen. Doch das Gebot lässt sich darüber hinaus auch auf alle möglichen anderen Alltagssituationen anwenden. Ja, es ist nicht nur im Gerichtsprozess wichtig, die Wahrheit zu sagen, sondern es ist immer und überall wichtig. Natürlich haben wir, ja, natürlich nehmen wir Menschen die Dinge unterschiedlich wahr. Ja, wenn eine Person behauptet, sie wäre angeschrien worden, dann ist das für eine andere Person vielleicht noch ganz normaler Unterhaltungston. Wahrheit ist also oft gar nicht so einfach zu definieren. Doch das ist es nicht, worum es hier geht. Hier geht es um ein ziemlich absichtliches, falsches Darstellen von Informationen, was meinem Gegenüber schaden soll. Gott geht es also wie immer ums Herz. Wir sind besonders dann versucht, falsche Dinge gegenüber unserem Nächsten auszusagen, wenn wir von dieser Person entweder verletzt worden sind oder wir uns von dieser Person in irgendeiner Art und Weise gefährdet sehen. Vielleicht sehen wir unsere Position gefährdet. Vielleicht haben wir Angst, dass die Person uns irgendetwas wegschnappt. Und so fangen wir an, Falschaussagen über diese Person zu treffen. Und wir verdrehen die Wahrheit, wenn auch manchmal nur ganz leicht, um dieser Person zu schaden und um uns selbst in eine bessere Position zu bringen. Falschaussagen, die gibt es nicht nur im Gerichtssaal, sondern die gibt es auch bei einer gemütlichen Runde, in der man zusammensitzt, Kaffee trinkt und die anfängt mit der Anbetung Gottes und dann ganz langsam aber sicher abdriftet in eine Lästerrunde. Wenige Dinge zerstören Familien, Ehen, Gesellschaften und auch Gemeinden so sehr wie das Lügen und das Lästern. In Sprüche 25 Vers 18 heißt es, wie eine Keule, wie ein Schwert, ein spitzer Pfeil ist ein falscher Zeuge für seinen Nächsten. Die erschreckende Wahrheit ist die, manchmal haben wir tatsächlich in unserem Leben den Ruf eines anderen Menschen in unserer Hand und wir können uns entscheiden, ob wir aus Wut handeln möchten und die andere Person zerstören möchten oder ob wir auch in dieser Sache Gott vertrauen, der für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Das befreit. Ja, ich muss nicht nachhelfen, indem ich eine andere Person noch mehr schlecht mache und der Person Sachen anhänge, die sie gar nicht getan oder gesagt hat. Ich mache mich dadurch sogar, wenn ich das tue, selbst schuldig und ich bin nicht länger nur ein Opfer. Stattdessen darf ich voll und ganz zur Wahrheit stehen und darauf vertrauen, dass Gott früher oder später für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird. Und das allein kann uns inneren Frieden und innere Ruhe verschaffen. Lasst uns also heute doch genau dafür beten, dass wir immer mehr zu wirklich wahrhaftigen Menschen werden, die die Wahrheit nicht verbiegen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes Wochenende.